Herzlich willkommen zu unserer heutigen Anime-Review. Heute geht es um die Anime-Serie Tengoku Daimakyo, welche dieses Jahr auf Netflix startete und vor wenigen Tagen mit seiner 13. Episode vorerst beendet wurde. Besagte Serie entstand unter der Regie von Hiyo Takamori im Studio Production IT, wobei Shinobu Tsuneki das Mechedesign und Utsushita das Charakterdesign übernahmen. Aber nun geht es los mit dieser Anime-Review. Viel Spaß damit! Tengoku Daimakyo, auch als Heavenly Delusion bekannt, dreht sich um Maru und Kieko, zwei junge Teenager, welche in einer postapokalyptischen Welt leben, in welcher die japanische Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs ausharrt und es sich kleinere Gesellschaften aus verschiedensten Menschen gebildet haben. Auf ihrer Reise nach dem angeblichen Himmel, in welcher Maru gebracht werden soll, begegnen er und seine Beschützerin Kieko, welche ein verstörendes Geheimnis verbirgt, nicht nur nette Menschen, sondern auch Monstern, sogenannten Menschenfresser, welche mittels verschiedenster Fähigkeiten die Menschheit auszuordnen drohen. Und da wäre auch natürlich noch Kyokos persönliches Ziel, Robben Inosaki, ein alter Bekannter, welcher nach einem tragischen Unfall plötzlich verschwand. Tengoku Daimakyo war der erste Anime seit Jahren, der mich so fesselte, dass ich stellenweise wortwörtlich die Minuten zählte, bis eine neue Folge auf Disney Plus erschien ist. Dabei überzeugte das Werk nicht nur durch seinen Erzählstil, sondern auch durch die Harmonie der beiden Hauptcharaktere, welche beide so nicht besser hätten geschrieben werden können. Drama, Action, etwas Romance, das Ganze gemischt mit einer Brise Apokalypse. So könnte man durchaus Tengoku Daimakyo's Geschichte beschreiben. Dabei übertreibt das Werk zu keiner Zeit mit unendlich langen Kämpfen, welche sich über Episoden hinweg erstrecken, ich sehe dich an Dragon Ball, sondern erarbeitete sich eine spannende Geschichte, welche sich mit ruhigeren und dennoch fesselnden Folgen abwechseln. Dabei lernen wir auch einiges über die Welt vor ihrer Zerstörung kennen, werden aber nie wirklich Zeuge der wahren Halunken, welche an diesem Unheil schuld sind, sondern tappen wie alle anderen, mit Halbwahrheiten und fetzen an Andeutungen, im Dunkeln. Dabei stellt sich gerade dem Zuschauer durchweg genau diese Frage. Wer ist daran schuld und wieso? Eine Frage, die Tengoku Daimakyo bislang auch aufgrund des noch nicht beendeten Original-Mangas nicht in seinen 13 Episoden beantworten konnte. Das Setting des Anime Tengoku Daimakyo spielt 15 Jahre nach einem apokalyptischen Ereignis, in welchem nun gefährliche Menschenfresser-Monster die verwüsteten Länder durchstreifen und eine essentielle Bedrohung für die verbleibenden Überlebenden darstellen. Der Anime folgt hierbei zwei Handlungssträngen. Einerseits begleiten wir Maru und Kirko, welche sich zusammenschließen, um einen besonderen Ort namens Himmel zu suchen. Andererseits verfolgen wir das Schicksal einiger Kinder in einer geheimen Einrichtung, dem sogenannten Himmel, wie später sich herausstellen sollte. Dabei erleben wir diesen Ortswechsel meist sprunghaft, was zwar ein interessantes Stilmittel ist, allerdings in einigen Episoden auch als etwas störend empfunden werden kann. Wenngleich ich lieber eine ganze Episode in der Einrichtung gehabt hätte, anstatt diese Sprünge, muss ich dennoch sagen, dass es stilistisch gepasst hat und somit auch die Spannung aufrechterhalten wurde. Wie schon eingangs erwähnt, ist das Zusammenspiel der beiden Hauptcharaktere hervorragend umgesetzt worden. Beide wirken wie beste Freunde aus Kindheitstagen und strahlen eine ansteckende Freude beim Zuschauen aus, welche so selten ein Werk in letzter Zeit übertragen konnte. So haben wir mit Maru einen eher draufgängerischen, pubertären Jungen, welcher nicht davor zurückschreckt, auch seine Freunde bzw. Freundin eben oder sich gegen eine Überzahl an Feinden zu verteidigen. Kiriko hingegen ist besonnen und versucht, unnötige Kämpfe aus dem Weg zu gehen, meistens zumindest mal. Dabei erfährt gerade letztere, gegen Ende des Anime, eine gute Charakterentwicklung, welche mit, sagen wir mal, nicht ganz so angenehmen Methoden vollzogen wird. Bezogen auf die Animation hat Productioner, Aichi und insbesondere Utsushita als Charakterdesigner, sowie Kentaro Waki, welcher als Director of Photography tätig war, eine, ich möchte sagen, grandiose Arbeit geleistet. Die Qualität dieses Werkes übertrifft die anderen derzeitigen Produktionen meines Erachtens um einiges. Nicht zuletzt liegt dies an Hyotaka Moris Herangehensweise an diesem Werk. So wurde die Bilddatei unter der Annahme entworfen, dass Farbkorrekturen und Licht- und Schattenanpassungen während des Kompositprozesses vorgenommen werden, sprich, wenn alles zusammengefügt wird. Herr Waki war so freundlich, auf seinem Twitter-Account einige Bilder als Beispiel zu posten, diese möchte ich hierbei mit euch teilen. Das sind nur einige Beispiele aus der letzten Folge, übrigens forderte der Regisseur, also Herr Mori, dass diese Schnitte so angepasst werden, dass sie während des Films von hinten beleuchtet werden, was dem Werk eine besondere Optik verleiht. Schreibt doch eure Meinung zu diesen Änderungen in die Kommentare, würde mich wirklich mal interessieren. Für die musikalische Arbeit war A-Gref in Zusammenarbeit mit Soundregisseur Iriko Kimura zuständig, welche eine sehr gute Arbeit bei Tengoku Daimakyo ablieferten. Die verwendete Musik war immer passend zu den jeweiligen Szenerien gewählt und unterstützte dadurch die Atmosphäre, ob nun spannend, bedrückend, actionreich oder auch aufheiternd. Das Ganze wurde durch das Opening Innocent Arrogance von Bish sowie Auzubis Endingsong daremo, karimo, dokumo, nanimo, shirai nai perfekt ergänzt. Gut, ich kann nun bezogen auf die japanische Sprecher nicht großartig etwas sagen. Diejenigen von euch, die diesen Kanal länger verfolgen, wissen ja, dass ich mich davor hüten werde, Sprecher, deren Sprache ich nicht spreche, zu beurteilen. Was ich aber sagen kann, und hier werden die meisten von euch mir zustimmen wahrscheinlich, ist das keiner der Sprecher unpassend klang. Mir halt zum Beispiel immer noch. Shino Kimi Nakas Stimme gesprochen von Masako Isobe im Kopf wieder. Ihr wisst, die alte Dame vom Himmel. Aber auch Sayaka Senbongi als Kiyoko und Gensato als Maho waren perfekte Besetzungen für die jeweiligen Charaktere. Wie ist also meine Meinung zu Tengoku Daimakyu? Der Anime bietet eine Mischung aus Spannung, Drama und übernatürlichen Elementen. Dabei bietet der Anime eine hochwertige Qualität im Hinblick auf Animation und Charakterdesign und bietet darüber hinaus eine gute Charakterentwicklung. Für mich ist Tengoku Daimakyu, auch bekannt als Heavenly Delusion, eines der Top-Anime-Werke diesen Jahres. Wer nach dem Anime noch nicht genug hat, dem lege ich den Original-Manga von Masakasu Ishiguro, welcher hierzulande unter Heavenly Delusion, das verlorene Paradies beim Manga-Kult erscheint, sehr ans Herz. Das war unsere Anime-Review zu Tengoku Daimakyu beziehungsweise eben Heavenly Delusion, das verlorene Paradies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über den Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie am Abo sehr freuen. Aktiviert unbedingt die Glocke und stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen ein, um keine neue Anime-Review, keine Manga-Review, keine Anime-News oder sonst ein Video von uns zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Ciao. Vielen Dank.